Wollen wir fliegen? Okay. Das heißt, ein kleiner Roboter. Nichts Fliegendes. Ich habe ein Bild. Ich habe ihn auf der Schrein. Great. Das ist gut. Audio. Treck-Log ist auf. Du noch nicht mehr Bewegung. Oh Gott. Fantastisch. Okay. Manipulator Arm. Can you raise it for me? Cycle-Kameras. Äh, äh, zwei. Äh, drei. N. Ah, das ist Mose. Arm. Ah. Ah. Okay. Und wie kann ich diese Träume unlocken? Ah, danke. Nur nicht zu schnell, oder? Willst du mit dem Laser spielen? Oh, der Name der kleine Mann. Das ist nicht so, was du mit spielst. Nein, ich weiß. Wir müssen noch ein Dreirando machen. Er hat nicht. Eddie hat ein Duplex-Sensing-Instrument. Er hat uns die Komposition von verschiedenen Räumen und Sachen. Geh jetzt und versuch mal etwas. Es ist ein laser-induzter Spektrometer. Und ein Mikroimager. Das ist das, was wir nennen. Lipps-RMI. Vielleicht erzähle ich es wieder in Englisch. Oh. Es, ähm. Es entspricht kleine Spiele in ein Ionized Gas. Das können wir dann mit dem Teleskop schauen, das uns ein Elemental-Readout geben. Mhm. Okay. Und jetzt? Das ist es. Es tut, nicht der Dirich. Das ist ja denkst. conquistende800-Wertig. Aha. Das ist ja. Es tut. Das ist ja. Ich weiß, es tut neue Wohnen. Das ist ja. Ah, ich weiß. Canceled. Sampling laser. Turret control. Yep. Very imaginative. Let's check what we've got in the log. Huh. A healthy dose of potassium. Calcium, phosphorus, nitrogen, and quite a bit of carbon, actually. Not surprising, considering you're in a forest. Lots of, Tom. That's total organic matter, just in case you were wondering. Mm-hmm. You've volunteered, Kingsley. Get your game face on. Out. Move to the road. I'm already on the road. I'm already on the road. Which? Ah. Ich muss Richtung Osten, hm? Ah. Osten. Also die Richtung. Mach doch die Straße Richtung. Äh. Ich geh mal davon aus, dass wir lieber auf der links bleiben. Ah. Auf der Straße bleiben. Ah. Battery 80%. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt... Ah. Battery wird schon halten. Ach, das ist die Rückfahrkamera. So, da sind wir, jetzt müssen wir der Straße folgen. Interessant, dass das Ding eine Rückfahrkamera hat. Also, ja. Äh, ja. Ah, nee. Ich glaube, ich kann dich nicht überlegen, dass du dein Team verabschiedst, dass du dein Team verabschiedst, nicht auf dein Leben verabschiedst. Ja, fair genug. Dann wollen wir sie calm. Und, um, als Astrobiologist hier, kann ich wirklich nicht sagen, dass die Gefahr von Mikroben genug ist. Selbst in der CBRN-Gear gibt es noch ein großer Risiko von Cross-Contamination. Wahrscheinlich ist es besser, wenn sie nicht etwas touchieren. Sapphire, weiter nach meinem Schatz. Keine Entfernung von der Straße. Bleib in der Zeit. Lass deine Rolle und die Gefahr auf. Stricke Führung und nicht auf die Fische zu tun. Das ist das, warum du den Robot hast. Copy das. Keine Entfernung. Mehr zu folgen. Wir haben ein bisschen Interferenz hier. Vielleicht ist es aus der AFO. Ich weiß nicht, es ist sporadisch. Sieht uns in Wagen. Wow, meine Steuerung ist für den Arsch. Oder jemand tritt mich. Oh. Das ist schon cool. Da ist wohl kein Fehler, das ist ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Lieutenant, halten Sie in der Position. Die Mini-UGV werden überprüft werden. Wir gehen. Wir sitzen fest. Aus. Okay, witzige Scheiße, analysiert. Nice job. Hmm. Well, composition's normal. It's insane that it's so localized. It's too specific. Too damn random. A rock over here, a log over there. Maybe it's some kind of quantum scale residue, warping space-time. Oh, right. Just toss the fucking Q-word in and everything makes fucking sense. Major Homewood, sir. You want me to continue? Keep to the road. There's an LDF checkpoint a little farther up. Let's push for that. Also, the graphics is pretty cool. The graphics is pretty cool. It's like gravity is not even affecting them. How many rules of physics are being broken here, Dr. Kessin? I have no idea. Maybe all of them. Newton's laws of motion? They're definitely out of the window. They got to be pretty smart, right? Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. You quoted that. Newton overthrew Aristotle. Einstein overthrew Newton. And now? Well, let's avoid jump in the conclusions. Dürftig? Oder ist das... Das sind wahrscheinlich nur die Blätter. Äh... Der Batterie ist bald am Arsch. Oh, guck mal. Ich hab was gefunden. Die Höhe, Zlo. Mein Gott. Sie ist unglaublich. Incredible. Sergeant, back this up off the VGX. And those means of propulsion? What? I don't see anything obvious. My point exactly. It's remarkable. Hey, I see something. It's glowing. Is that them? The light's not from us. No power. I recommend pulling back the robot. It's an insincere representation of ourselves. They might think we've evolved into a post-biological state. Be that as it may, we're not taking any risks. Rudwell, carry on. Head towards it. It's not anything living. Perhaps not, but it's hot. Looks more like ordinary matter, only superheated. It's been shaped as well. Molded. Specialist Rudwell. Eddie's got a telescopic biosampler mounted on his upper arm. It's invasive, but we'd learn a lot from a physical specimen. Oh, shit. Search, preserve, viewing, segment, for aiming. You'll have to maneuver the manipulator arm quite close. The lance has a very limited range. Ah. Out of range. Bioprobe. Okay. Okay. Ah. Nope. Do the trick. Yep. Perfect. We can process that later. Shit, you hear him? Try and get a fix on it. Okay. 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 Nehmen wir mal an. Oh, da leuchtet was. Obwohl, das ist ein Schiffscontainer. Irgendwer hat gerade einen Schiffscontainer durch die Gegend geworfen. Oh, nein. Okay. Auf der einen Schiffscontainer? Ein Schiffscontainer? Ein Schiffscontainer? Sapphire, das ist Alchemist. Radiocheck. Copy. Ihr Lima Charlie, über. Aufmerksam. Aufmerksam. Okay, eine für die Taskung. Rudwell, Troubleshoot. Run über die Point Hopi, und wir bringen uns zurück in eine andere Schiffscontainer. Auf mein eigen, Sir? Ja, auf dein eigen eigen eigen! Ich werde nicht deine Hand nehmen. Follow die Chemlight-Siegel. Die Fog aus da ist zu verhörter. Ah, okay, ich muss Richtung Süd-Süd-Ost. Süd-Süd-Ost. Da ungefähr. Verarsch mich doch allesamt hier. Kann ich nochmal auf die Map gucken. Äh. So ungefähr. Ein bisschen weiter hier, und dann... Oh, warte. Ich kann... Kann ich dich nicht bewegen? Ah. Also, ich muss nach... Ah. Doch. Ich hin. Hey, Redster. Are you still on this channel? Oh, Chemlikes. Und jetzt haben wir sowieso an, okay? Rudwell! Ja, was? Der schottische Brink-Kot? Er denkt, er weiß, was unser Drone macht auf Schizzo. Am Tag des Erkennens. Kennst du nichts über Relativität? Nicht nur, dass es in GPS benutzt wird, um die Kalkulationen zu machen. Ja. Die Zeitdielung. Die Grafik betrifft Zeit. Die GPS-Satelliten in der Raum brauchen eine kleine Aufsett, um zu bleiben mit den Plätzen auf der Erde, oder? Sagst du, dass die Bombe aus der Grafik vermisst? Das ist nur eine Theorie. Und ich bin nicht derjenige, zu sagen, das bin ich. Willst du dich an den Wissenschaften hervorrunden? Nicht, dass sie eine Kür für deine Stupidität haben, Jack. Nein. Ah, verdammt. Ich bin nicht derjenige, in einem Wald, in der Nacht, in schweckes Fog, mit Aliens herum. Also, du weißt, du hast Spaß mit dem. So, äh... Äh... Zu den Chemlites. Mit dem für'n Arsch. Und ich treffe einen Zaun. iev... Nein. Auf. 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 Diamond 2-1 to Alchemist. Sighting. It's approaching Point Hopi. Confirmed. Alpha Echo. Altitude 30 or 40 meters. Description, um, thing-shaped. Size of a car, maybe. Over. Roger. Understood. Out to you. Specialist Rudwell. Major Homewood. Post-Rep. Over. Uh, somewhere between you and Point Hopi, sir. Over. You weren't translated when you enlisted? Affirmative. But with all due respect, sir, if you're thinking of having me speak with them, I'm not qualified. Over. Factual facts. You're a linguist. A communicator. Get over there and assist. We want to introduce ourselves. Out. Point Hopi. An alien entity's heading your way. ROE. Do not engage. I say again. Do not engage. Verify. Over. I verify. Alien entity. Inbound. We are weapons-tight. Bluebells. Look like they are following suit. That Alpha Echo. It just came down behind a small copse of trees. Real hard to see what it's up to. Though, it doesn't seem interested in us. Over. Break out any CBRN gear you've got. Get it on. Now. Three mics. Mop level four. More to follow. Help. Hey. Hey. You from Kresnik? The Don know we only got oversuits. Really? I ain't gonna be patient zero, pal. There's respirators too on the hammet racks. Better than nothing. Okay. I have my gear on. Alchemist. This is Captain Spender. Advise. What's the play here? Over. Biosec. You suited and booted? Over. More or less. Everyone's got masks on, at least. Best we can do, given the current circumstances. Over. And no one get too close. There's a Dr. Kesson here. He's gonna help coordinate this. A little point Hopi. Can you tell me what you see there? Not a lot. A bluish pulsing glow. The Alpha Echo or... Alien entity. It's on the other side of a glade. And our team have no line of sight. Over. Do you lads have any working lights handy? Affirmative. We've turned them off. Turn them back on, please. Everything you've got. Let's see if he responds. All right. Lights! Rangers, off-road two. Switch the headlights on. Doctor, we're lit. Nothing from it yet. Over. Give it another 60 seconds and kill the lights, Captain. Holy fuck. It's lifting them up. They're flashing. They're rising up and flashing. There's one red tint lamp. The others are alternating with it. She's suffering. Fuck. I could be buying any cords. I think he's trying to communicate. Doctor Kesson, we have a functional PA system. How about music? There's classics for the AFR. Armed Forces Radio. We can relay them pretty easy. Over. Aye. Give it a go. But I don't expect it'll make much sense of it. Lautsprecher aufm. Okay. It's not reacting. Over. Different evolutionary imperatives. He may lack the sensory perceptions favored by ourselves. And that's just human is alive. The reality is, our visitors could have cast our biological fetters aside a very long time ago. Okay. Couldn't you be a logist there? Hold on a second. Specialist Rodwell. You there, lad? Yeah. Affirmative. Apparently you have a Faraday cage. You're in it? A modified container? There should be a gadget for analyzing EM activity inside. Can you take a wee look for me? See if it's working? I got an M-spec device. That what you mean, Doc? Over. Yeah. Search the radio spectrum for activity. Copy that. And I can point this at him? He's not going to get pissed off? No reason why you shoot. We're only listening. I got a signal. A ping. Not so sure it's alien though. Over. Huh. Okay. Uh... The manager wants to talk. Rodwell, update. Ignore it. The Alpha echoes between you and an LDF squad. Observing opposite. Net ping? It's just a data packet. Coming from a friendly. A quick fix. Auxiliary tracker. On account of the power route. There anything else going on? Over. No. Negative. I got zip. Roger. Inferring. Try switching antennas. There's an experimental one. In the EMP-proof container. Over. Also, ich muss erst rausgehen. Sonst macht er das nicht mit. Alles klar. Experimentelle Antenne. H. Ah, ich kann es fixen. R. Major. Major? Good to go. I swapped it with... I don't know. Looks like an old TV antenna. Over. Hell, probably is. Scan for any unusual transmissions. Same as you did before. Over. Got something. And it ain't no ping. Luba, communicate. Transmit on his frequency. Maybe we can get his attention. Music. Drone hack music. Drone hack music. Dreadwell, message. The bluebells are shadowing our efforts. They claim there's two frequencies. One fight strong and one weak. Almost imperceptible at distance. Okay. Drone telemetry. Um. Aitch. Um. 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 Okay. Also ich gehe mal davon aus, um, Transmit Signals. Also ich gehe mal davon aus. Ich gehe mal davon aus. Back off, Specialist. Keep your distance. You haven't got a proper hazmat suit. Water. So. 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 So.